Let's Dance neigt sich dem Ende zu, die Tanz-Duos haben vorm Halbfinale alle Hände voll zu tun. Umso ärgerlicher, was Anna Ermakova und Valentin Lusin passiert ist. Der Tag startete für Anna Ermakova und Valentin Lusin am Dienstag noch recht entspannt. Mit leckeren Ingwer-Shots machte sich Team Curly Fries fit fürs Training. Dann stand viel auf dem Programm. Immerhin hat das Duo fürs Halbfinale vieles vorzubereiten. Muss nur noch zweimal auf ganzer Linie überzeugen und könnte dann als Sieger-Kombo der 16. Staffel in die Let's Dance-Geschichte eingehen. Let's Dance-Training von Anna Ermakova und Valentin Lusin je unterbrochen. Dann kam es jedoch zu einem mehr als unangenehmen Zwischenfall. Das zeigt Valentin Lusin in seiner aktuellen Insta-Story. Wir dürften euch auch jetzt schon unseren nächsten Tanz verraten, so der Tänzer. Es wird ein Street-Style-Cha-Cha-Rumba langsamer Walzer und Quick-Step-Mix zu einer sehr eintönigen Musik, behauptet Lusin, während im Hintergrund ohrenbetäubender Lärm zu hören ist. Feueralarm. Ja, wir haben leider den Alarm ausgelöst. Nicht wahr, richtet er sich dann an Tanzpartnerin Anna Ermakova. Die hört man zu Beginn des Videos schreien, weil ihr die Ohren dröhnen. Eine echte Gefahrensituation scheint es allerdings nicht gegeben zu haben. Denn im Hintergrund sieht man eine Let's Dance-Mitarbeiterin tiefenentspannt durchs Bild laufen. Auch Anna Ermakova und Valentin können über die Situation lachen, albern zu den schrillen Klängen herum. Dass sie ihr Training vorerst abbrechen mussten, steht jedoch außer Frage. Feueralarm bei Let's Dance-Probe, wurde Anna Ermakovas und Valentin Lusins Zeitplan durcheinander gewirbelt. Was genau den Feueralarm im Tanzstudio auslöste und wie lange das Training pausiert werden musste, ist nicht bekannt. Bleibt zu hoffen, dass Anna Ermakova und Valentin Lusin am Dienstag trotzdem noch genügend Zeit blieb. Denn das Halbfinale wird es in sich haben. Wir sind gespannt, gehen jedoch ehrlich gesagt fest davon aus, dass Team Curly Fries unaufhaltsam ist. Der Einzug ins Finale ist Anna Ermakova und Valentin Lusin im Grunde sicher. Es sei denn, es kommt am Freitag, 12. Mai auch auf dem Parkett zu einem unvorhergesehenen und unerfreulichen Zwischenfall.